Das ist Lex. Nein, echt? Das sieht nicht mehr aus. Das muss man nicht mehr aufbringen. Die Lex dauern immer länger. Irgendwann spielt das nicht mehr ab. Irgendwann dauert der Lex so zwei Tage. Das ist eine bisschen Frisur. Jetzt gehen wir nach links. Das ist der Lex. Also da würde ich mir dann auch Sorgen machen. Nein, das haben wir doch schon gemacht mit dem Yoshi. Jetzt brauchst du noch einen Yoshi. Ich möchte nicht. Ja, das weiß ich auch. Dann sag das, was du immer tust. Ich wollte nur ein bisschen gescheiße in der Arbeit. Siehste, genau so etwas meine ich. Pass auf mein Kovalent. Stille. Gestehen. Bist du nicht gut? Jetzt weiß ich, warum ich es mal hier ist. Ich hab den Tod bei meinem Applaus gemacht. Hm. Ja. Oder vielleicht noch etwas gesagt, wo die Münzen unter der Röhre sind. Indeed. Fugier ist da aber eigentlich aus. Da habt ihr mich mal nie richtig gekuckt. Habt ihr mir auch so viel Zeit zum Gucken? Nimm die Münzen, die Münzen! Ja, da hat man! Oh, das ist theoretisch. Ihr nehmt es zählt. Nur Jujuj... What the fuck? So, es habe ich. Oh! Scheiße, was mache ich eh? Fast sterben! Das tust du. Sekunde, aber ich meine, du wie eine Wand kannst. Vielleicht hat er noch mal. Nee, da ist doch... Da kann ich... Da ist nicht... Da sind Schlüssel und Schlüssel aus. Geh sie mal. Geh einfach hin. Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ja. No kidding. Ja, das war's. Ich hab den... Ich hab den Ramm vom Schlüssel noch gesehen. Du könntest dafür mal bitte meinem Hund helfen, dass er rauskommt. Schlüssel! Du wirst sie nicht! Sie ist ein Schlüssel. Nimm, 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 nimm. Ich bestehe hier auf genauer Sicherheit. Manchmal. Ich hab's gesehen. In gewissen Punkten. Den ein Film nochmal. Ja. Da. Dann ich hab' ich drauf. Musterfrei. Lehm. Ja, das ist Zeitweil, sogar mit einem Koliker. Auch nicht gleich. Was ist das nicht? Ich bin so. Was ist ein Buch? Einfach typisch. Da ist nur ein bisschen wie alt. Dann ist nur ein bisschen wie alt. Das ist auch noch schleichend. Ich werde nicht mehr... Naja, solange du da bist, kann ich was sagen. Aber was soll ich jetzt bis zum Ende der Ferien gelesen haben? Nein. Das hat meine Mami geholt. Ah, wie, hier ist nochmal das Buch, was wir zuerst gelesen haben. Stimmt. Die Physiker. Der Romat. Der Romat, den wir hatten, war der Besuch dahin damals. So kotzig. Also die Physiker waren ganz gut. Ja, hab ich mir auch gesagt. Das hat er mir gar nicht gesagt. Im Ernst. Not. Spannend. Äh, ich sehe hier mal einen Drehwurm. Das ist aber echt schon eine miese Sache da, einen Secret Exit zu verstecken. Ich weiß nicht. Das Spiel ist ab 6 freigegeben. Wieso soll sie sich gut Exit einfach machen? Ja, heute leider nicht mehr. Da ist ein bisschen zu machen. Bruder hatte man noch einen Sitz nach. Ja, auch ganz rechts laufen. Und jetzt machen wir ein bisschen keinen Fehler wie er. Ja, der ist ja auch so ein komischer Rahmen. Aber... Ja, der ist ja auch so ein komischer Rahmen, aber... Hahahaha Siehst du so viel mit meinem Liquid Exit? Hahahaha Garmin Hey, ich hab danach gesucht, ja? Soll ich eine Feder unter zufällig zu nach links springen? Ja, toll! Ja? Hä? Ah, ich kann mal Valley Fortress Großartig Stadt Festung Nein Ach, ich kann mal das was von allem Fortress ist Festung Valley ist Tal Ach, genau Menschenmenge Furry Ich darf, ich bin jetzt mal ganz gemein Ingo Was heißt Kraut auf Englisch? Hahahaha Aber es wird eher Kraut ausgesprochen Kraut? Kraut? Achso Nein, ich meine aber Das deutsche Wort Kraut in Englisch überwärts Ne? No Was? 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 Ach, meine Güte, ey Wie sie hier Alle? Oh, ne Komm, ich sag gar nichts mehr Upp 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 H H-E-R-B Earth Richtig Ja, nach ungefähr 300.000 Aussprachfehlern Fehler Ja, aber Man kann ja nicht alle gut in Englisch sein Ich würde mal mathematische Genies geben Eben Dann wären wir ja nur Dreckfressende Höhlenmenschen Das wäre die Welt ohne die Mathematiker Nichts Nichts Richtig Aber wenn man so sieht Sprache der Grund, warum Technik so erzählt wird Aus Spring Lauf, du Sau H-E-R-B 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 Also, dass wir noch nicht weiter sind Jetzt ist es inzwischen egal Weil Nein, ich meine, es gibt hier so Aber früher Hast du gehört Sieh, dass wir Da gibt es halt Sachen Die man mit uns verschieden Kann ich erklären Sagen wir mal Am 18. Jahrhundert Jee, ne, keine Ahnung Aber es liegt halt an der Sprache Dass wir Nichts Todes Also, wie würdest du das einfach alles nur durch Zahlen ausdrücken Dass wir auch Wonämmen Früher lag es aber auch an den Transportweg Weil Da hat man in einer Stadt irgendwas erfunden, und erst 20 Jahre später hat er den Rest des Landes das erfahren. Dammit! Da macht Mario so Matrix-Style. Du musst grad vom Matrix haben, der Bruder hat einen coolen PS3 hinten im Hintergrund. Matrix. Der ist geil. Wo hat der den? Schau dir aus dem Store, ich weiß nicht, wo er den hat. Ich muss echt mal online gehen. Aber der sieht richtig geil aus. Davor hat er so einen, ähm, so eine Krimi, so eine, so eine, ah, wie nennt man das? Von Aaron Law. Nein, nur so eine Szene, ähm, also eine Top-Out-Szene von Heavy Rain. Das war aber cool als Hintergrund. Ach, gequetscht! Nein! 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 Du darfst ja eigentlich noch sterben. Nein! 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 Ich hätte sowieso nicht geschafft. Ja, hab doch gesagt, du warst zu spät. Du warst zu spät. Ja! Egal, was er macht, das ist nicht spannend. Sicher! Es ist immer spannend zuzugucken, wann, wann wir, wann der nächste wo fällt. Ich habe starten, drinnen… Ich kann sicher mal bitte sagen東, das wird geplant gewesen, aber da – Useful und für einen le habe ich meine珍nes bangs gemacht. Da kann man auch mal was anderes... Guck mal. Guck mal. Guck mal, auch Glück gehört dazu. Oh, das ist mies. Das! Einbildung, dass das mies ist. Naja, es geht. Zugegeben, hier haben sie sich mal Mühe gegeben im Kästrad. Richtig. Seid doch, ist alles Kopfsache. Du willst sterben. Ich zauere den Jummein. Du hast recht, die Lecks werden echt immer länger. Ich weiß. Elektromagnetische Strahlung, die Lecks. Wieso ist mein iPod abgeschmiert? Ich weiß nicht. Ja, von dem PC ausgegangen ist, ne? Nein. Nein. Oder doch. Ja. Hallo. Wie wird's zum Teil? Im Ernst, genau wo der Leck vorbei ist, ist mir mal iPod die Musik ausgegangen. Zeichen. Was ist ein Zeichen? Es ist alles verbunden miteinander. Und... Who cares? Ich care. I don't need that shit anyway. Wie bitte? Dieses Level ist zum Kotzen. Dieses Spiel ist zum Kotzen. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Ey, ich hab keinen Bock. Danke. Ihr hört immer erst an, auch wenn ihr das sagt, ne? Suicide! Was muss denn jetzt? Was bringt dir das? Was? Oh mein Gott. Oh ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Part. Was bringt dir das? Was bringt dir das? Jetzt bringt dir das. Alter, das müssen wir's. Alter. Tschüss. Drei Stunden Material.